So, ich begrüß euch zurück zu einer weiteren Runde Mörder... ersten mal hacken wir Daniers Kopf ab und los geht. Jetzt müssen wir nur herausfinden, wie er ist. Was ist denn das jetzt hier für... «Nein!» Ich würde gern mal etwas finden, aber man findet seinen illustrations. Hat der gerade sein Messer geworfen, im Ernst? Man kann das Messer werfen hier. Ja, man kann es metabolippen aufladen. Wie denn? 媽i. Rechtsklick. Rechts gedrückt halten Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalala HA! Das ging flott Das war echt schön Yankee! Ja ich war gut Ich bin auch Yankee Ich konnte mein Messer nicht wegwerfen Beischläfer schon wieder Oder ein B-Ständer B-Ständer Ist auch sexy Gib das B-Ständer Dieses penetrante Wolfsgeheule Ja das ist voll erotisch Das wollte Oskar du bist völlig Wow Behindert Verpiss dich verpiss dich verpiss dich Hilfe da läuft mir eine Lady hinterher Ich hab Angst vor dir Geh weg Da ist eine Lady Ich weiß nicht wer ich bin Ich sag nicht wer ich bin Ist mir auch egal Ich renn weg Alter Jetzt fühl ich mich verarscht Nein Geh weg Lass mich in Ich häng an der Fremde Nein Was? Schütz dich auf die Hand Lass mich in Ruhe Steh weg Gibs Nein Nein Charlie Oh nein Boah Nein Boah Danke Charlie Oh wunderbar Danke Boah Fuck ey Warum bist du von mir weggerannt Ich bin euch die ganze Zeit hinterher gerannt Auch Luna dir Ja man Ich hab immer die ganze Zeit hinterher ist es Und dann kommt auf einmal der Richtige um die Ecke Und ich dachte so Ja man Das ist viel spaßiger so Hauptsache Ich lock den Mörder derartig in euch rein Oh Luna bist du tot Du sagst schon wieder nichts Oh Er ist einfach nur hingefallen Hör auf Welt der hat zu rennen über Assi Hä wer Was Wo Alle Schon wieder Boah Ich hab ne tödliche Taschenlampe Stimmt wir haben Taschenlampen Oh Ja oh Moment Achso Romeo Hi Die leckt voll dadurch Da steckt Warum steht jetzt hier alle wieder rum Was ist dieses grüne Leuchten hier WTF Ich blitz dich Du bist geblitzt Dings Du vergisst alles Oh mein Gott Ich bin hier dran Boah Danke Alter Ich bin ich hocke nur auf dem Klavier Na aber auch fehlt der zu rennen Boah Boah Okay ich weiß wer der ist Irgend so ein November läuft die ganze Zeit einem Yankee hinterher Ich weiß nicht wer der ist Sack Also jungen Du kannst eher vor cruel Roh ja Ich fülle Boah Kilo, geh weg! Kilo, drück mich nie nach! Ich häng grad unter nem Kilo fest. Ich häng grad unter nem Tango. Ein Tango, was? Es sollte man, wenn ich bei 4 nicht eigentlich in Sachen bekommen. Alter, du schaust voll psycho! Guck mich mal an! Kilo, guck mich an! Nein, du musst nicht weiter rübertreten! Du guckst mich nicht gerade treffen! Alle sitzen hier im Wohnzimmer! Lass mich rein gucken, guck mich schön! Alter, erstmal Screenshot machen! Es schaut einfach so herrlich aus! Ja, Mann! Bin mir so sicher, dass unten der Mörder ist! Ich weiß, wer Luna ist! Ich hab einen Screenshot gemacht! Alter, ich komm hier aus Kilo nicht mehr raus! Das fühlt sich als hätte die Person, die mir auf den Sack geht! Lass mich raus! Lass mich raus! Sag mal, Hathion! Das ist auch sehr unauffällig, wie zwei Menschen unter nem Baum sitzen und gegenseitig voll abspacken! Pilo und Tanga! Du Arsch, Alter! Ah, wunderschön! Nein, ich bin gestorben! November, ich bin gestorben! Tango, gefällts dir? Stasi! Nein! Abspank, epileptischer Habe! Ich bin hier unten, oder bist du unten? Also, du bist bei mir oben! Nein! Oder zumindest beugst du dich gerade sehr komisch! Alter! Nein! Nein! Ja! 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 Sehr schön! Toll! Trotz, äh, verpackten... ...Körpern! Mit wem hab ich denn da zusammengehängt? Ich war's! Also, gerade als ich werfen wollte! Du unterstiegst Messer, weißt du? Ich hab so richtig Schiss, dass du mich drauf willst! Warne, warst du das, oder wie? Ja, ich war das! Ja, ich musste das erst wiederholen! Ich hab's ja weggemorfen! Ich bin's nicht gewöhnt, dass man Rechtsklick gedrückt halten muss für'n Wurf! Ich auch nicht, dass du mich am Anfang verwirrst! Ja, du kannst aber auch einfach zuhauen! Ja, aber wie denn, wenn du weit genug weg bist? Also, Runner, du warst letzte Runde auf jeden Fall nicht der Tra- Ähm... Genau, der Traitor! Ich war nicht der Traitor! Ja, war nicht der Traitor, genau! Weißt du, ich lauf hier noch manchmal mit meinem Maschinengewehr rum! Geh weg, Papa! Geh weg! Geh dann los! Ich komm hier nicht rauf! Ich bin eine Ballerina! Ich lauf über den Zaun! Forgive me, Father! Okay! Im Badezimmer! Hä, wieso liegt der schon? Okay, Lima ist schon tot! Tatsache? Ich verstehe! Wo? Ach da! Ja... Limo... Limo... Oh, das ist ja ein netter Hund! Äh... Bist du das... Äh... Äh... Wer ist er denn hier? Heil! 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 Oh! Alter! Was hat denn deine Hand? Scheiß Cheater, ey! Äh... Nein, das ist, wenn du in den Brunnen reinspringst! Achso, Mann! Ey, hab ich mich gerade erschreckt! Hehehehe! Ich komm mit meiner... NEIN! Uuuuuh! Du blödes Arschloch! Hehehe! Wie irgendwie da eine Leiche auf mich rauffällt! Hehehehe! Klatsch! Hehehe! 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 Was dreht der da eigentlich rum? Ist das ein Elkhauswagen? Jawohl! Ich geh gar nicht! Nein, verdammt! Jawohl! Wie schießt denn? Woher wusstest du das? Hast du mich gesehen? Der Mulder war Echo! Der Runner, ey! Hehehe! Hauptsache ich hol alle bei diesem Aufstieg im Kanal runter! Hehehe! Die erstmal alle spielen und ich spiel mit dem Einkaufswagen! Du bist einfach nur ein Secret, äh... Beiständer! Du hast nen B-Ständer! Hehehe! Ja, Mann! Harten! AAH! Ich wusste es! Ich wusste es! GIVEN DEL NUG! GIVEN DEL NUG! GIVEN DEL NUG!!! GIVEN DEL NUG! GIVEN DEL NUG! Die sind voll skurril teilweise! Ah, hier! Charly! Schön, dass diese Turmuhr übrigens auch derartig schnell läuft... GIVEN DEL NUG! Wo? Das hält du jetzt! Ah! Geh weg! Ich knippse dich! Du kannst dir auf Fallt rollen! Na! NEIN! Oh! Oh, schreck mich nicht so, ey! Ich dachte gerade, das wäre ein Messer, aber das war ja nur eine Pistole. Ach, nur eine Pistole. Alter, richtig hochgeschossen. Weil die Waffe gerade durch meinen Bauch durchgeblitzt ist und ich habe mich gerade voll erschossen. Erschossen, meine ich. Alter. Hilfst du mir. Ich bin gerade richtig aufgeschwemmt. Hilfst du mir. Ja, India. Oder was auch immer. Oh mein Gott. Whisky, du hast eine Waffe, ne? Ja, ich... Scheiße ist, hat nichts gebracht, na egal. Hä? Wo zum Geier bin ich jetzt gerade gestorben? Mein Messer hat nach dir geworfen. Irgendwie bin ich nicht mehr, Rocks. In den letzten zwei Runden bin ich niemals weiter als 10 Meter gekommen, dann bin ich gestorben. Okay, Moment, ich bin... Nee, ich bin running. Okay, der war ja Whisky. Ich war immer einer von den ersten Teil der Finde. Wisst ihr das eigentlich, muss man in jeder Runde vier Sachen finden oder geht das auch von der letzten Runde aus? Nein, musst du in jeder Runde neu. Boah, weißt du, wie viel das ist? Das ist ja voll scheiße. Fünf Sachen. Ich habe meine erst ab fünf bekommen. Krass. Ja, manchmal ist das irgendwie unterschiedlich. Ja, teilweise habe ich gar nichts gemacht. Aber gut, da hatte ich auch eine Secret Weapon. Hey, da hockt schon wieder jemand, einer hier im... Ja, schon wieder. Boah, 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 boah. Geh weg. Boah, irgendwie... Ich muss in die Nähe des Pianos, das klingt geil. Geh da weg, Mann. Okay. Darf man das eigentlich abspielen, das Pianos? War ich denn eine Pilze oder eine Type? Oh, das klingt saugeil. Ah, mein Elkommenswagen. Scheiße. Geh da nicht weg. Ich glaube, ich lerne das Lied. Ah, kann man da ein Lied ausspielen? Ey, wie kommt man da hin? Nein, das spielt automatisch. Genau. Habt ihr mal da reingeguckt, in diesen Beichtstuhl, was da drin sitzt? Ja, ein Mädchen, ne? Ich glaube, ich habe da gerade jemanden mit einem Messer gesehen, aber es ist mir egal. Alter, hör auf, mich nicht mit dem Einkaufswagen ganz zu greifen. Klau die... Ey, du Klau die Einkaufswagen, das ist meine. Tja. Ey. What da, Alter. Wo ist mein Einkaufswagen hin? Schön. Da wurde ich getötet, erschossen. Geh da mein Einkaufswagen. Lass mich in Ruhe. Geh mir mal in einen Einkaufswagen her. Niemand, der einfach die Inconnects erschießt. Nein, nicht in den... Nein, nicht in den Brunnen. Wow. Wo war das? Was? Wer hat mich erschossen? Ich war in Konnten. Wo ist mein... Äh, ich meine... Alter. Ich war's nicht. Du warst inkontinent. Hallo. Wo ist das hell? Mann, ich habe mich jetzt mal... Ich habe mich Pelle auf dem Familie Hadelhue. Ich war erschossen. Liebe Hadelhue, der Herr. Kommt so ein grün und so ein gelber. Klassentreffen. Whisky. Whisky im Gitarre. Ja. Soll ich dir die Wahrheit über einen Tod erzählen? Ja. Ich war... Alter. Ich bin da. Was ist jetzt wer? Ich habe irgendjemand gesehen, der im... Ihr müsst eh aus Piano gehen. Da, wo du gestorben bist, der dort mit einem Messer rumliegt. Komm, hier oben ist. Mhm. Und direkt danach kamst du um die Ecke wieder. Verdammt. Als ich meine Waffe nachgeladen hatte, weißt du? Und dann habe ich einfach auf dich geschossen, weil du mal auf mich zugegangen bist. Hat sich halt so ergeben. Ja, da hinten lag eine Tasche. Ich wollte die haben. Klassentreffen, yay. Scheiße. Ich stecke Müll fest. Okay, ich weiß, wer das war nice. Lass mich raus. Oh, mum, mum. Ich treffe halt doch langsamer runter. Oh, Rana, du hast so eine Arschkarte. Ich hätte dich abknallen sollen. Ich hätte abdrücken sollen. Ich hätte dich töten sollen, als ich noch die Chance dazu hatte. Du, du, Sennibir, warum? Ja, nicht mal. Verdammt. Sennibir, Sennibir, wo bin ich? Geh nach rechts. Ich will nicht zu ihm geleitet werden, ganz im Ernst. Geh nach rechts. Ich weiß, wohin, einfach immer nach rechts. Warum hatte der denn auch nichts besser? Das mache ich im Kreiswerk ja unten, weil wenn ich die weiß, wohin mit mir einfach rechts. Warum mache ich Spagat? Das sah so geil aus. Und die schaue extrem grenztabil aus, wenn ich jetzt gerade so an mich ranzoome. Ich habe irgendwie, äh... Nein! Fuck you! So, Leute, das war es dann aber wieder. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bei der nächsten Runde. Bis dann, Leute. Tschüss! 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 Tschüss!